Bei einem Brand in einem neuseeländischen Hostel sind am Dienstag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden fürchten jedoch, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Mehrere Personen wurden am Dienstagmorgen noch vermisst. Laut Polizeiangaben brach das Feuer im obersten Stockwerk des Gebäudes im Wellingtoner Stadtteil Newtown kurz nach Mitternacht aus. Das Hostel mit rund 90 Zimmern diente als Wohnheim unter anderem für Bauarbeiter und Krankenhauspersonal. Ein überlebender Bewohner zeigte sich bestürzt. Ein ziemlich schlimmer Moment. Einige wurden mit dem Krankenwagen abtransportiert, weil sie eine Rauchvergiftung hatten. Und wir beten einfach, dass niemand im Zimmer festsitzt. Neuseelands Premierminister Chris Hipkins sprach bei einem Besuch am Unglücksort von einer absoluten Tragödie und einer entsetzlichen Situation, auch für die Ersthelfer. Das war eine traumatische Situation für sie. Ich weiß, dass sie im Moment so fühlen. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben aber bislang nicht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.